Hallo, hier ist Christian Gantner mit einem neuen Video. Heute möchte ich mal über das YOLO-Prinzip sprechen und warum es von vielen Menschen falsch angewandt wird. Nun, YOLO ist vor einigen Jahren ja schon aufgekommen. Man hat sich also Gedanken darüber gemacht, was will ich eigentlich vom Leben? Ich lebe das Leben einfach. Also ist das Prinzip entstanden, so durch die Massenmedien, Mainstream-Medien gegangen, auf den ganzen Social-Plattformen umgesetzt worden. Ich glaube, der Hashtag YOLO, ich weiß gar nicht, wie oft der verwendet wurde. Aber ich denke, es sind von einigen Menschen, ist das falsch aufgefasst worden. Ich kenne ein paar Menschen in meiner Umgebung, die verwechseln das YOLO-Prinzip mit dem, was es eigentlich bedeuten soll. Also wenn wir das mal wörtlich übersetzen, heißt es ja, you only live once. Das heißt, du lebst nur einmal, also lebe dein Leben. Und einige, viele Menschen verwechseln dieses Prinzip und sagen, ich mache, was ich will. Also sie lassen den Schlendrian raus. Das hat auch sehr viel mit Konsum zu tun. You only live once. Ich kann das ja auch so interpretieren. Hey, ich lebe nur einmal, also leiste ich mir einfach das, was ich mir leisten möchte. Ich denke nicht über die Konsequenzen nach. Ich lebe einfach mal so in den Tag hinein und was kommt, kommt. Und wenn mir was gefällt, dann kaufe ich es mir und Konsum, Konsum, Konsum. Also you only live once bedeutet nicht einfach immer nur das zu tun, worauf man Lust hat. Das zu kaufen, worauf man Lust hat. Einfach nur das Leben laufen zu lassen. Sich nicht um morgen zu kümmern. Nein, you only live once bedeutet, mach dir das Leben bewusst. Sei dir dessen bewusst, was du da tust. Denk über die Konsequenzen nach. Also wenn du ein gesundes, erfülltes, zufriedenes Leben haben willst, dann ist dieses YOLO-Prinzip schon mal nicht schlecht. Aber verwende es bitte ganz bewusst. Also denk darüber nach, was du da tust. Fallschirmspringen, ein tolles Erlebnis zu haben oder eine Reise zu machen oder mal eine tolle Zeit zu verbringen. Das sind Prinzipien, die gehören da rein. YOLO. You only live once. Also denk darüber nach, was du da tust. Mach es bewusst. Mach es dir bewusst und genieße es. Genieße das Leben. Aber das heißt nicht, dass du einfach nur alles kaufen sollst oder das Prinzip so anwenden sollst, als ob es kein Morgen gäbe, dass du morgen sterben könntest. Wenn ich wirklich nach dem Prinzip lebe, you only live once und in einem halben Jahr kann ich ja schon tot sein. Also verwende ich einfach mal, mache ich heute das, was ich will, ich kaufe mir, was ich will, ich denke nicht an die Zukunft, ich plane gar keine Zukunft, ich plane keine finanzielle Unabhängigkeit, ich plane nicht eine Familie oder sonst irgendwas. Nein, ich lebe einfach mal so in den Tag hinein. Das ist falsch angewendet. Sei dir bewusst, was du da tust. Schau auf die Ereignisse, die es im Leben gibt. Lebe sie bewusst und lebe das Leben selbst. Bewusster und genieße es. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass du dieses Prinzip richtig verstehst und auch richtig anwendest. Einige junge Leute, die stoßen auf das Prinzip und sagen, ach, okay, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern. Und dann, ich weiß nicht, ob das Leben dann noch richtig so mit Struktur und mit Zielen und mit Plan ein bisschen gemacht wird. Ich bin jetzt kein Spießer oder sowas, aber wenn du nur das Prinzip anwendest, dann hast du für alles eine Ausrede und dann wird auch einfach nur das Leben so an dir vorbeischlendern und du weißt gar nicht, wo es hin ist. Du hast dir alles Mögliche gekauft, du hast deine ganzen Bedürfnisse erfüllt, aber hast du das Leben dann auch wirklich bewusst gelebt? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und ich glaube, genau das ist das Prinzip und das ist die Frage, die man sich wirklich stellen sollte. Habe ich ein erfolgreiches Leben gelebt und habe ich es bewusst gelebt? Habe ich gelebt? Mach dir ruhig mal deine Gedanken dazu, hinterlass mir gerne ein paar Kommentare in den Kommentaren und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.